Ich komme aus einer Familie, wo mein Vater auch schon Lotto-Verkaufsstelle war und ich kenne das von klein auf. Neben Lotto natürlich sind es hauptsächlich Bingo-Lose, aber bei uns läuft auch sehr gut, Rubel-Lose. Das schönste Erlebnis war, ich habe also zweimal eine Million weggebracht, damals in Klassenlotterie noch und wenn man denn nach Hause kommt oder den Kunden dann persönlich spricht, dann ist das schon sehr ergreifend. Schön ist eben mit Menschen umzugehen und immer reden zu können.